Was? Oh ja! Oh ja! Das sind auch zwischen den zwei Achsen. Was ist der Motor drin? Die treibt hinten von vorne bleiben mit jeder Welle, tragt oder auch so. Ja, das kommt aber auf den Fahrzeigtyp. Das waren aber die älteren, die zweite Generation mit der großen Scheibe. Ja, ja. Die B-Züge, ja. Die haben da einen mittellegenden Motor, also einen längslegenden. Der meine, hat ja auch einen E-Trags, einen anderen. Der hat ja insgesamt über... Gernere Motoren, aber dafür auch E-Trags. Ja, dafür hat der über 400. Der hat ja auch einen Lager. Der hat ja auch einen Lager. Der hat ja auch einen kleinen, kleinen înneinigen, Wenn wir sehen, wenn wir jetzt mal hin, ich kann hier aus ein bisschen cardenken. Ja, da ist ja auch die Ausko basiert. Ja, da ist ja auch die Auskole, optimale Gesangetze. Ja, da ist ja auch das, das ist ja auch ein Problem. Und wenn wir die Auskolein besuchen, dann bitte nicht mal alles. Das war ja auch das, Ja, das ist die Show. Die laufen seit November. Aber die Bafs, ich habe es schon mal gesehen, aber es war vor November. Deswegen, du wagen. Ich habe es schon mal gesehen. 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 Ich habe es schon mal gesehen.